Das war kurz. Ja. Ich will ein Video für dich. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh Gott, das ist ja der schönste Moment. Ich habe das mal gemacht mit einer Studentin, die von dir kam, die ich kannte. Und wir haben zusammen fünf Wochen so Wasser mit Wellenbrechern gespritzt auf Seide. Das war jetzt so früh? Nein, 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 nein. Das war mit Carmen viel früher. Da waren wir zwar auch noch in der Schlosssee, aber das ist viele Jahre her. Und da war hinten so ein schwarzer Horizont. So, mit Bergen und so ein paar Pinien. Dann kam so ein Himmel mit ein paar Wolken von vorne. Die Brachen so über die, so. Und das war alles zugedeckt. Vollkommen zu. Alles. Und dann haben wir die Nähfrauen gebeten, sie mögen uns das mit runterziehen. So, ne. Und wir beten das Mädel-Effekt. Wir haben uns auf dem Turm gebeten. Wir haben die Flasche Wein mit hochgenommen. Und dann haben die von oben da unten, wie so ein Vorhang. Und. Das macht dann Spaß. Das macht's. Mhm. Crazy. Ja. Schön. Ja. So schön. Okay. Wow. Cool. Ja. Ja. Sehr schön. Ich weiß nicht, dass die Spray ist. Die können auch nicht so hinzukommen. Ja. 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 Ich bin gespannt. Ja. Naja. Ein Freund. Cool! Ja. Ja.